Hey Leute! Falls ihr euch fragt, was ich den ganzen Tag heute mache, ich habe heute eine Tour durch diverse Autohäuser hinter mir. Und jetzt fahre ich gerade ein neues Auto und deswegen kam heute kein zweites Video. Und weil meine Overwatch-Aufnahme immer noch komplett im Arsch ist, das heißt, da muss ich noch dran arbeiten. Irgendwie will mein Rechner nicht, dass ich Overwatch aufnehme. Entweder sind es Aufnahmefehler, irgendwelche Renderfehler, dann ist mir der Sound abgekackt oder es sind die Runden einfach scheiße. Ich will ja auch keine Runde euch abliefern, wo ich einfach komplett reinscheiße. Auf jeden Fall, ja, das geht bei mir ab. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ob heute Abend noch ein Stream kommt, weiß ich nicht. Wie spät haben wir es denn jetzt? 17 Uhr gleich schon. Wird alles ein bisschen knapp, Leute. Wird alles heute ein bisschen knapp. Ich halte euch auf dem Laufenden, schaut im Discord vorbei, da kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Oder Twitter halt. Twitter ist halt number one information source, Leute. Number one information source. Das ist wichtig. Oh, guck mal hier. Hot or not? Oh, not. Okay, it's the booty check time. Freunde, ich hoffe, ich bin schon wieder voll durch den Wind. Freunde, ich hoffe, ihr habt einen geilen Tag gehabt. Relax heute Abend noch mal ein bisschen. Gönnt euch irgendwas. Und dann sehen wir uns, ja, ich sag mal, nee, heute Abend gibt es keinen Stream, Leute. Heute Abend keinen Stream. Ich muss noch was machen. Jetzt haben wir es fix gemacht. Ich wünsche euch für Spaß heute Abend. Gönnt euch irgendwas Geiles. Und wir sehen uns dann morgen in dem Video wieder. Macht's gut. Ciao.